Den Video-Aktie habe ich ja selber gekauft, ich habe ein Video gemacht für euch, wie kann ich ins Metaverse investieren und die meisten versuchen eben das runterzubrechen auf solche Projekte, was ich persönlich nicht richtig finde, also klar, wenn man sich immer Metaverse auf die Fahne geschrieben hat, wird man wahrscheinlich das Projekt sein, was davon auf jeden Fall am meisten profitiert, das haben wir jetzt gesehen, es hat geklappt für die Centroland Sandbox und allem, die sonst irgendwie Land-Sales machen oder sonst irgendwas noch in die Richtung, aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu investieren, ich persönlich sage auch immer, hey, wenn ich mich im Metaverse und all den Thematiken nicht so gut auskenne, es gibt den Metaverse Index, den finde ich ganz gut geeignet aus Kryptosicht, der verbrieft so ein bisschen alle Metaverse-Projekte, sehr viel Gaming ist da drin, ja, dann darf nicht vergessen, dieser erste Schritt ins Metaverse wird definitiv über Games stattfinden und ja, die Nvidia-Aktie ist auch ein Kandidat, warum? Weil es, um all das digital abzubilden, diese Chips, die Power eben auch braucht und Nvidia, die sind so nachgefragt, die Aktie aber auch schon durch die Decke geschossen, auch das nicht vergessen, ja, immer dann mitdenken, ich habe ja für die Portfolio-Challenge bei Finanzwissen Nvidia noch gekauft, vor den Quartalszahlen, das war ein ganz guter Moment, wo ich auch sagen muss, da hat natürlich auch wieder ein bisschen gelitten, sieht trotzdem gut aus, also, wenn man überlegt, sowas zu kaufen, dann wirklich mit dem langfristigen Horizont zu sagen, hey, dieses Ganze wird nicht in 5 Jahren zu Ende gebaut, das dauert vielleicht 10, 15 Jahre und ich glaube, in 10, 15 Jahren wird eine Nvidia-Aktie oder eine AMD-Aktie definitiv höher stehen als heute und wenn es nur die Inflation ist, die den Preis höher treibt, also, ähm, sehe ich bei beiden schon Potenzial, die Nachfrage ist einfach brutal und sie sind sehr stark aufgestellt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt gerne in das Finanzwissen-Video, da habe ich mit dem Ritchie von der Börse Stuttgart alles mal angeguckt, welche Branchen profitieren eigentlich von diesem Metaverse-Hype, von diesem Metaverse-Wahnsinn, wir haben uns dann noch verschiedene Aktien angeguckt, 35 Minuten, voll bepackt mit Infos, die sich lohnen, guckt da gerne mal drauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017